Brot 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 wird geschnitten Dann bezüglich Das ist ungefähr 20 Minuten Du hast mich nicht gefroren Ob ich früher auch so einfacher auf ihr Brot zu kommen Du fühlst mich ein Brot angekommen Für das sie mehr weisen kann wird früher werden Und darum sind wir ziemlich preisig angekommen Früher haben sie Brot noch durch ihn gemacht Für dich gibt es Hilfe und noch Mehl gemischt damit es nicht um direkten Kontakt mit dem Salz kommt Da wird alles mit dem wütlichen Wasser gut lang zusammen gekniert Es gibt einen Durchdreiber gelöscht und da könnt ihr ein Müll für das ihr was nicht abgerüben können Es gibt einen Durchdreiber gelöscht Den nächsten Tag Jeweils 500 Gramm zu 70 Punden Brot gekniert und an Kiew gelöscht Den Uhrwerk wird bis zu 2 Stunden viel gelöscht auf ihrem Gebrauch gebürzt und da könnt Brot für 45 Minuten bei 320 Grad an den Uhrwerk Verstöne Voi là Heuhumau frisch gebacken Brot was sich bis zum eine Woche hält Musik Untertitelung des ZDF, 2020